Ja, sehr schön. Das sollte eigentlich reichen. Commander, ich würde sagen, hier sind wir fertig. Beginnen Sie damit, unsere neuen Planeten in Position zu schleppen. Leidmann! Ja, Sir! Sie haben Ihre Baumquote gerade so erfüllt. Gerade so. Wir können zur Basis zurückkehren. Nicht so hastig, Leutnant. Nur weil wir keine Bäume mehr brauchen, müssen wir sie nicht stehen lassen. Zerstören Sie alles. Ich habe heute ein paar tolle Sonderangebote. Hallo, Fellknäuel. Schuie! Habsett. Wie geht's hier. Es hat sich nicht so warm. Wie geht's da Bord? Ich kann die Bord. Wollt ihr nicht so Parisian. Ich kann das Bordet. Ich kann es dem Geld. Ich kann das Bordet. Schau mal! Ich kann es nicht so Warm-Bordet. Bis zum Schluss. Zum Schluss. Das war's für heute. Das war's für heute. Drückst du die Dreiecktaste doppelt ganz so schnell zwischen deinen beiden Drückst du die Dreieckst du das te ut, was du so schlecht Na, dem hast du es aber gegeben. Sieht ganz so aus. Sind Sie mit Ihrer aktuellen Beschäftigung unzufrieden? Dann kann die TBS Ihnen helfen. Die taktische Blark-Forschungsstation. Hallo, ich bin der leitende Vorsitzende DREG. Und hier in der TBS suchen wir motivierte Mitarbeiter für absolut aufregende Arbeitsplätze. Grime-Hoods-Tester, Sprengkopf-Bautechniker, Mutanten-Tierpfleger, Roboter-Mechaniker, Saukanonentester und Verwaltungsassistente. Kommen Sie zur TBS. Arbeiten Sie an unseren Waffen und an Ihrer Karriere. Ich rufe die TBS heute noch an. Das ist unglaublich. Mann, hast du gesehen, was die hier alles bauen? Lass uns absahnen. Nein, wir müssen weiter nach Captain Quark suchen. Da hast du natürlich recht. Hab ich? Klar. Wir brauchen Quark. Aber wäre es nicht toll, wenn wir ihm dann gleich sagen könnten, wo DREG ist? Denke schon. Also, wir gehen zur Raumstation und fragen die Techniker. Die arbeiten für DREG und sollten wissen, wo er ist. Deine Logik leuchtet mir nicht ein. Ach, du denkst zu viel. Lass uns gehen. Lass uns jemanden. Lass uns gehen. Die spacingen. ammer Sie auf monarchischen Sinne. Lass uns die Versionen nicht in den Sch schon nicht ohne Waffen und sie nicht gleich reißen. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.